Herzlich Willkommen bei Minecraft 2.0. Und ja, ich hatte schon mal Minecraft angefangen. Schöne Kiste. Minecraft angefangen. Ach wohl, baue ich mir hier mein Haus? Ja, ne? Ähm, hatte ich Minecraft schon mal angefangen. Und, öh, eine brauche ich nur. Ich brauche nicht gleich sechs Stück. Ähm, wo habe ich sie denn jetzt? Mensch, ich komme zu nichts. Also ich hatte Minecraft schon mal angefangen. Aber in einer Welt, wo schon einiges gebaut war. Und ja, ich muss mich erstmal wieder in Minecraft reinkriegen hier. Ach, nein, 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 nein. Spitzhacke habe ich ja schon. Erstmal wieder in Minecraft reinkriegen. Oh, Mist. Und. Mensch. Also, jetzt nochmal von vorne. Minecraft 2.0. Ich hatte es schon mal angefangen, in einer Welt, wo schon etwas gebaut war. Und ich dachte mir, ich fange mal wieder ganz von vorne an. Also ein Neuanfang. Und warum? Aha. Geht doch. Ups, das sollte nicht da hin, das sollte da hin, das da hin, das da hin. Und was zu essen. So, ich habe mir diese Welt hier ganz, ja wie soll man das sagen, selbst erstellt. Also, alle Konfigurationen hier dran gemacht. So, ich brauche mehr Wolle. Wolle. Wolle, Wolle. Das braucht ewig, um zu decayen. Um zu verschwinden. Da hinten ist Wolle. Ich sollte mir ein Schwert bauen. Äh, nein, so war das nicht. Also, ich habe Ewigkeiten kein Minecraft mehr im Singleplayer-Modus gespielt. Aber das sollte mich ja nicht davon abhalten, hier... Komm her. Zwei Wolle. Da hinten. Erstmal wieder hier rennen. Das sollte mich ja nicht davon abhalten, hier Erfolge zu sammeln. Du darfst. Du darfst leben. Scharf. So, ist doch sehr ruhig. Warum spielt denn hier keine Musik? Äh, was ich auch bauen sollte, wäre... Eine Schaukel. Dahin. So, das und das. Das ist nämlich wichtig. So, verschwindet jetzt, ihr blöden Blätter. Komme ich dran? Ja, komm ich dran. Ah, schön, die Musik fängt an. Das lasse ich mal. Und wir müssen auf jeden Fall... Sehr schnell ein kleines Hütchen bauen. Obwohl, jetzt wo wir ein Bett haben, können wir das eigentlich auch langsam angehen lassen. Denn... Die Monster... Die Monster... Ich kann ja dann schlafen. Sobald es dunkel wird. Und wir müssen auf jeden Fall definitiv... Stein farmen. Damit wir uns vernünftige Werkzeuge herstellen können. Denn... Denn... Das... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Dauert mir hier zu lange. Cooler Animation. Animationen, bis das verschwindet. So, ich mach mir mal zwei, drei Fackeln ab. Und dann würde ich sagen... Da oben ist Stein. Eine Steinspitzhacke haben wir schon. So, dafür müsste ich eigentlich... Die Schaufel benutzen. So. Vielleicht bauen wir uns auch einfach hier rein. Ja, das wäre auch keine schlechte Idee. Bauen wir uns hier so eine Hütte in... In den Fels. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaub, das mach ich. So. Erde hier rein. Ich werd jetzt erstmal hier den Stein wegkloppen. Da kommt überall erstmal Erde hin. Erde hab ich nur nicht so viel. Obwohl... Das könnte ich wahrscheinlich am besten auch noch aus Holz machen. Da kommt dann ein Erde rein. Kohle. Das ist praktisch. Sehr viel Kohle. Sehr praktisch. Dann hauen wir hier mal... Alter. Stimmt. Ich hab ja eingestellt, in welcher Größe die Vorkommen sein können. Da hab ich direkt mal so ein Mega-Vorkommen getroffen. Okay. Nur noch Eisen. Okay. Das reicht mir vorerst. Das muss auch noch weg. So. Und da vorne haben wir alles. Das baue ich mal eben ab. Zack. Warum ruckelt das so? Muss ich vielleicht später mal gucken. Vielleicht ist das doch etwas zu viel. Aufnehmen plus Minecraft und so. Und noch die ganzen anderen Programme, die ich nebenbei laufen hab. Vielleicht doch etwas zu viel. So. Holz. Das ist Eiche. Akazie. Das ist natürlich... Doof. Na komm. So. Mach ich nur Doppeltür? Na komm. Machen wir nur Doppeltür. Äh. Die setzen wir mal. Und die Truhe setzen wir auch mal. Und dann eine Holztür. Was? Ich krieg drei Holztüren daraus. Na ja. Das ist auch okay. Weg damit. Nein. Das will ich so nicht. Warum ist jetzt die Musik schon wieder weg? Mist. Egal. Tür. Sehr schön. Dann kann ich mir mal eben ein Steinschwert machen. So. Und gleichzeitig eine Steinaxt und eine Steinschaufel. Da haben wir da unten ein Werkzeug. Da oben machen wir mal Essen hin. In die Mitte haben wir das Holz. Und jetzt... Und jetzt... Sollte ich hier ausleuchten, damit bei mir nicht noch Monster spawnen. Und ohne Musik ist das echt kacke. Warum spielt so wenig Musik? Musik und Geräusche. Äh. Habe ich... Welche Gefährlichkeitsstufe spiele ich eigentlich? Nein. Wie viel war das? 40? Normal. Okay. Schnell. Hm 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 hm. Okay. Na cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie sehe ich denn... Wie sehe ich denn aus? Welcher Knopf war das nochmal? Okay. Ein bisschen dämlich sehe ich aus. Aber naja. Ich will Musik. Und jetzt kommt da jemand rein. Und dann... Mhm. Was? Mir ist egal. Jaja. Meine Schwester, die sagt, die muss jetzt föhnen. Und ich habe einfach... Alter! Wie viel Kohle ist denn das? Ich habe einfach eiskalt gesagt. Und sie kann einfach föhnen. Bin mal gespannt, wie laut das jetzt wird. Oh. Ey. Hört das denn hier auch irgendwann mal auf? Ich meine, ich... Finde... Was? Zur Hölle! Alter! Was habe ich denn da eingestellt? So viel Kohle hatte ich nicht eingestellt. Vielleicht sind das zwei Vorkommenden zugleich. Ist schon ein bisschen krass. Ich brauche Eisen, definitiv. Damit das alles etwas schneller geht. Ich höre jetzt auch mal ganz kurz auf, hier Kohle zu farmen. Und... Hau mir mal da... Hau mir mal da... Höh! Mist! Stein! So, jetzt föhnt meine Schwester. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Treppen. Treppen, Treppen, Treppen. Macht man hier drüber, ne? Okay, dann kriegen wir vier Treppen raus. Und ich baue die natürlich. Höh! Was? Die ist einfach verschwunden. Äh, und jetzt ist die da? Muss ich nicht verstehen, oder? So... Brauche ich mir hier unten mal... ...ne kleine Ebene. So groß, dass man hier auch... ...ein bisschen was machen kann. Das kommt weg. Okay. Ich wollte gerade Synchronität sagen, aber der... Wie heißt das hier noch gleich? Symmetrie. So, ich muss auf jeden Fall noch in die Richtung. Und... Ja. Genau... ...eine Stöcke mehr. Stock und Stein und... ...zack und... ...zack. Dann haben wir eine Steinschwitzhacke. Wieso spielt keine Musik? Das nervt mich echt. Da muss ich meine eigene... ...Liste... ...und meine Musikliste laufen lassen. Achso. Okay. Jetzt weiß ich, warum ich die Treppen nicht hochkomme. So. Wie sieht's denn hier aus mit... ...weg? Das... ...nicht? Okay. Wir haben zwei Fackeln. Die setze ich hier unten mal hin. Ich wollte mein Bett hier reinsetzen. Das war's. Na komm. Und schlafen. Ich wollte... ...die... ...dann.